Der Kampf gegen Cannabis ist nicht verloren. Man tut, als ob das ganze Land mit Cannabis übertragen wäre. Und Alkohol, wissen Sie, ist ein Suchtmittel aus unserer Kulturgeschichte. Das war jetzt ein Polizist. Ich habe mit ganz vielen Polizisten geredet. Und ich habe mit keinem Polizisten bisher gesprochen, der zu mir gesagt hat, wir wollen das nicht mehr leisten, wir können das nicht mehr leisten.